Hier unten rechts an dem runden Ding die Geschwindigkeit erhöhen, weil ich ja so langsam spreche. Gerade eben hatte ich einen E-Mail-Briefwechsel mit Frau Vianer Fischer, mit der ich ja auch viele Stunden telefoniert habe und mit der ich ja auch anderthalb Stunden im Corona-Ausschuss Termin 12, zweite Hälfte ab 1 Stunde 47, 22 mit Dr. Wolfgang Wodag und Dr. Rainer Füllmich ja eben auch über die Grundreformierung Deutschlands gesprochen habe, die nötig ist, um solche Symptome wie Schweinegrippe und Corona-Phänomen sozusagen und zukünftige Elefantenkrippe und Giraffenkrippe zu verhindern durch die richtigen Reformen. Denn das liegt alles, Corona hätte es nie gegeben, wenn unsere Reformen schon umgesetzt worden wären, die ja in einer simulierten Bundestagswahl 56 Prozent hatten. Ja, also entsprechend ist dann unser Tagesthema heute dann sozusagen, die Tagesthemen sind lieber Rainer Füllmich, liebe Viviane Fischer, Corona-Ausschuss, vom Corona-Ausschuss und liebe Basis, wir 2020. Ich habe ja mit allen Vertretern Kontakt jetzt von den verschiedenen Varianten der Parteien. Ohne die Top-Berater gibt es einfach nur 20 Prozent, also keine 20 Prozent, ja. Denn, und heute wird es auch um einen Vergleich gehen. Also ich werde gleich dann auch noch darstellen, was unterscheidet denn die Top-Berater sozusagen, wo liegen die großen Unterschiede und, ja, und natürlich bin ich parteiisch, weil ich natürlich die Next Scientist for Future Reformen für besser am besten halte sozusagen. Ja, und das war so die Mail, die erste Mail jetzt eben gerade heute Morgen früh um sieben oder so an Frau Fischer, Frau Viviane Fischer vom Corona-Ausschuss, Rechtsanwältin Viviane Fischer vom Corona-Ausschuss und Dr. Füllmich. Super, dass Sie die ersten prominenten Gesichter sind. Ich hoffe, Sie scheuen sich nicht, auch eventuell Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu werden. Was Sie werden können, was Sie werden können, durch die Beratung, durch die drei Top-Programmberater, die bis zu 56 Prozent bringen können. Ja, und bitte Rückruf, ich versuche auch, Sie zu erreichen. Auch ein Videobrief an Sie wird bald kommen. Das ist jetzt dieser Videobrief hier, ne? Liebe Viviane Fischer, liebe Rechtsanwältin Fischer und lieber Rechtsanwält Dr. Füllmich. Dieser Videobrief wird bald erscheinen. Es werden verschiedene Sender wahrscheinlich bald hochladen, ne? Liebe Grüße, Dylan von den Next Scientist. Tja, und wie gesagt, nachher wird es um die Experten gehen, Economy for Mankind.org. Ach ja, wo finden Sie übrigens hier das hier? Sie googeln entweder, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie gehen jetzt, also unter die Sendung, die Sie jetzt gerade schauen, da finden Sie diesen Link direkt zum Anklicken. Den könnte man wohl auch hier direkt anklicken. Aber ich zeige es Ihnen nochmal, also Sie gehen entweder dann direkt auf Next Scientist for Future, scrollen ein bisschen runter, dann haben Sie hier jetzt anklicken, neuerster Stand. Dann brauchen Sie nur noch das hier anklicken. Dann haben Sie hier, ich mache es jetzt mal für Sie ein bisschen größer. Eins, zwei, drei, vier, fünfhundert. Ist das zu groß? Vielleicht zu groß, Moment. Bin ich jetzt zu groß? Ja, machen wir lieber 300, ne? Ja, ich glaube 300 Pfunds noch, ne? Na, hier geht hier nicht. Alles klar, geht hier nicht. Also, Sie finden hier auf jeden Fall alles. Also, ich zeige es jetzt nochmal ganz kurz. Also, hier, da finden Sie die Situation, Politik und Parteien. Und hier finden Sie die verschiedenen Rat-Empfehlungen der Experten für Parteiprogrammarbeit. Und Sie finden hier alles. Und zwar immer den neuesten Stand. Sie können auch direkt eingeben bei Google, Weltrat der Weisen, wo ist das hier? Weltrat der, na, gehen wir mal auf, na, vielleicht muss ich hier drauf klicken. Weltrat der Weisen ohne Bindestrich Forum. Einfach nur Weltrat der Weisen Forum. Und dann kommen Sie automatisch, können Sie dann anklicken, können Sie gucken, aha, wo ist hier, bitteschön, ach so, jetzt sind wir hier falsch, natürlich wieder. Jetzt brauchen wir den Forumsübersicht. Forumsübersicht, ist das das Richtige? Ne, das ist eben nicht das Richtige. Sie müssen sich hier einfach durchklicken. Also, ich weiß jetzt selber gar nicht, wie ich auf die entscheidende Sache komme. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, wenn Sie das in der Homepage hier, wenn Sie das hier richtig anklicken, dann sind Sie automatisch ganz richtig. Und da finden Sie immer den neuesten Stand. Ja, also, liebe Frau Fischer, liebe Rechtsanwältin Fischer, liebe Rechtsanwalt Dr. Füllmich, so, also, leider ist es so, dass Frau Fischer dazu neigt, zu hoffen, dass eben sie sozusagen das Problem der Maßnahmen werden beenden können vor der Bundestagswahl und sich dann erst quasi um die Bundestagswahl zu kümmern. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil die Politiker jetzt genau sehen, je härter sie die Zügel anziehen, desto mehr steigen ihre Kanzlerchancen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich das nehmen lassen. Denn alle Wählerstimmen würden automatisch zurückgehen, wenn die Politiker zugeben würden, dass ihr hartes Zügel anziehen sozusagen vielleicht gar nicht sinnvoll war. Oder wenn sie sich selbst verraten, indem sie jetzt plötzlich die Maßnahmen einstellen, wo doch erst der Grippewinter erst vor uns steht. Ja, dann, ja, also, auf jeden Fall ist es für die Politiker, wäre es jetzt riskant, einfach etwas zu ändern an einer Gewinnerstrategie. Im Moment lautet die Gewinnerstrategie, Machen wir Corona noch größer, dann wird der Wahlerfolg noch größer. Und genau deswegen glaube ich persönlich nicht, dass sich die Parteien vor der Bundestagswahl überhaupt abbringen lassen werden von den Maßnahmen. Ja, und dann gehen wir doch mal drauf ein. Also, die, worin unterscheiden sich die Top-Berater, ohne die es ja sowieso keine 20 Prozent gibt, weil ohne richtige Reformen eine Partei, die jetzt nur antreten würde mit dem einen Programm, wir wollen die Maßnahmen sofort stoppen, die wird von breiteren Schichten der Gesellschaft natürlich nicht ernst gehören und auch nicht gewählt werden, sondern sie muss idealerweise gleich mit dem perfekten 56-Prozent-Wahlprogramm der Next Scientists for Future kommen. Und jetzt sage ich mal also, die Gemeinwohlökonomie von Christian Fellber, ich versuche es mal mit einem Satz zusammenzufassen, Was ist deren Aussage? Deren richtige Aussage ist, wir müssen positive Anreize setzen, indem Wirtschaft, wenn sie den Menschen nutzt und sich sozial verhält und die Umwelt schont, müssen wir die belohnen und denen quasi einen wirtschaftlichen, finanziellen Vorteil gegenüber den Unternehmen geben, die gnadenlos die Umwelt zerstören, gnadenlos Profite auf Kosten der Bevölkerung und Menschheit machen, die unsozial intern sind, die mit ihren Mitarbeitern sehr hart umgehen und so weiter. Und die müssen wir quasi durch die Gemeinwohlbilanz und die entsprechenden Punktwerte und die entsprechende Bevorzugung des Staates gegenüber solchen Firmen, auch durch das Finanzamt und so weiter, müssen wir also die schlechten Firmen wirtschaftlich, denen quasi ihre finanziellen Belohnungen entziehen und den anderen größere finanzielle Belohnungen geben. Richtig, das ist eine richtige Grundidee. Also denn die Formel der Next Scientist for Future heißt ja auch, Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Jetzt hat die Gemeinwohlökonomie allerdings so ein paar kleine Baufehler drin. Zum Beispiel anstatt, dass der Staat die Frauen niedriger besteuert, will die Gemeinwohlökonomie über ihre Gemeinwohlbilanz quasi die Unternehmen dazu zwingen, dass sie die Unternehmen, die Frauen gleich bezahlen, was dann wieder einfach nur eine wirtschaftliche Schwächung dieses Unternehmens bedeuten würde. Lassen wir doch besser den Staat die Aufgabe übernehmen, die Frauen generell niedriger zu besteuern und dafür die Männer etwas höher zu besteuern, sodass sich das wieder ausgleicht. Oder so andere Dinge, wie so Träume von die Verdienste der Besserverdienenden begrenzen, Großunternehmen ab einer bestimmten Größe zu enteignen und so weiter. Das würde natürlich zu einem totalen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden führen. Aber die Grundidee, überhaupt erst mal positive Anreize zu setzen für Gutes tun, ist im Prinzip richtig. Nur machen das die Next Scientists for Future besser. Vor allem kennt die Gemeinwohlökonomie weiß noch gar nichts von den neuen Forschungsergebnissen, weil die ja leider wirklich ein Alleinstellungsmerkmal des Weltrates sind, nämlich, dass man die vorteilbringenden Irrtümer eben auch abbauen muss und dafür die positiven Anreize gezielt genug setzen muss. Also die positiven Anreize der Gemeinwohlökonomie sind nicht gezielt genug gesetzt, um die vorteilbringenden Irrtümer, die sie ja gar nicht kennen, die GWÖ, aussterben zu lassen. Also Beispiel, Christian Felber spricht oft über einen Bio-Bäcker, der von Bio-Getreidelieferanten beliefert wird. Aber wenn jetzt dieses Getreide zufällig, ohne dass es die Bio-Bauern merken, von einem bei Bio-Getreide häufiger auftauchenden Pilz durchseucht sind und damit die Kunden dieses Bäckers schleichend durch das Pilzgift chronisch vergiftet werden, dann hat die Gemeinwohlbilanz da kein Messinstrument, um diese Schädigung durch den Bäcker sofort zu bemerken oder schnellstmöglich zu bemerken. Schluck Wasser. Das heißt, die Wohlfühlstimme oder die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten oder andere positive Anreize, die die Next Scientist for Future gezielter setzen würden als die GWÖ, Gemeinwohlökonomie, diese Anreize würden dafür sorgen, dass man sofort sieht, aha, rund um die Kunden dieses Bäckers entwickeln sich typischerweise krank, geben schlechtere Wohlfühlstimmen ab oder sterben sogar und dann kann man sofort sehen, aha, dieser Bäcker schadet gerade den Menschen. Und das kann die GWÖ nicht. Und dann kann die GWÖ Folgendes noch nicht. Nämlich, wenn ein Autokonzern viele Werbespots an die Fernsehsender gibt und die Fernsehsender dann viele Sendungen machen, in denen es als normal gezeigt wird, dass Nachbarn sich nur noch freundlich grüßen, aber nichts miteinander zu tun haben, aus Angst vor einem Nachbarschaftsstreit, dann setzen sich die Zuschauer, die dadurch auch in diese Angst versetzt worden sind und damit, dass Glückes beraubt worden sind, mit ihren Nachbarn friedlich und liebevoll zu leben, besonders wenn dann die Spielfilme auch noch zeigen, wie man sich eher streitet, aber nicht lehren, wie man sich verträgt und wie man Mediation mit den Nachbarn, wenn es dann doch mal zu einem Konflikt käme, betreibt, sondern wenn alle nur noch lernen in den Medien, in denselben Medien, in denen die Werbespots der Autokonzerne laufen, alle nur noch lernen, wie man sich zwar streitet, aber nicht mehr, wie man sich verträgt. Dann ist ja auch die Angst davor völlig berechtigt und dann setzen sich die Leute ins Auto und besuchen ihre wenigen Freunde in Hamburg und München, konsumieren mehr Autos und kaufen mehr Autos. Und so dieses Dilemma, dass nämlich Markt und Tauschhandel generell dazu neigen, Lebensglück, in diesem Falle Nachbarschaftsglück zu zerstören, um maximale Konsumsucht, hier Autokaufsucht und Autokonsumsucht zu erzwingen und zu erzeugen, das hat die GWÖ noch nicht mal auf dem Schirm. Davon hat sie nicht die geringste Ahnung. Da hat sie einen riesen blinden Fleck. Deswegen werden alle ihre Reformen immer zu kurz greifen. Aber, liebe neue Parteien, als Berater brauchen sie die Gemeinwohlökonomie und wenn es auch nur die Next Scientist for Future sind, die sie darstellen, denn die hat nun mal etliche Fans, wenn auch nur im Randbereich der Gesellschaft, und diese sollte man ja auch als Wähler gewinnen, und sie brauchen vor allem diese Inspiration, damit sie sehen, wie viel besser die Reformen der Next Scientist for Future sind. Das können sie nur sehen, wenn sie auch immer mit der Gemeinwohlökonomie im Gespräch sind, sodass dann in diesem Austausch dann die Parteimitglieder, dann die Basis der Parteien, dann darüber abstimmen kann, für welche Reformen sie sich letztendlich entscheidet. Ja, also deswegen. Und holen Sie ruhig noch einen Experten dazu. Ja, also ich finde allerdings, diese drei Expertengruppen sind ausreichend. Jetzt zu der Gruppe economy4mankind.org und lösungen.jetzt. Die gehören ja irgendwie zusammen. Ich habe nochmal alle Sendungen gesichtet. Übrigens finden Sie ja natürlich dann auch hier, ich habe es ja eben gezeigt, wenn Sie den neuesten Stand anklicken, wenn Sie das jetzt hier anklicken, und dann auf dem Forum, also Weltrat der Weisen Forum sind sozusagen, dann haben Sie auch diese Sendung. Ich habe mir nochmal die ganzen Talkshows, die wir mit den Vertretern, wir hatten sogar insgesamt zwei Vertreter in den Talkshows, ich habe mir alle Sendungen nochmal angehört und angeschaut, die wir produziert haben, mit Economy4mankind und Lösungen jetzt, ja. Und da ist halt das Dilemma, dass das Menschenbild und das Weltbild, schon das Weltbild, es fängt schon beim Urknall an, dass sozusagen Economy4mankind das Wagnis eingeht, dem Weltbild der Naturwissenschaftler, der Physiker und Chemiker und Biologen nicht so ganz zu folgen, ja. Auf jeden Fall der Physiker nicht ganz zu folgen, ja. Wenn es aber jetzt so wäre, dass die Physiker recht hätten, dann wäre das schon mal ein unrealistisches Weltbild. Und wenn ich ein unrealistisches Weltbild habe, ist es natürlich so, dass es sein kann, dass auch die ganzen Reformen dann falsch sind, ja. Weil die Basis nicht stimmt. Und besonders dann, wenn es um das Menschenbild geht, ja. Also das Menschenbild von Economy4mankind entspricht ungefähr so, da wird immer wieder Konrad Adenauer erzählt, wir haben keine anderen Menschen, wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und damit werden die Menschen so genommen, wie sie sind und daran auch nichts geändert. Es wird also nichts an dem Alkoholiker geändert, an dem Alkoholsüchtigen, dem Drogensüchtigen wird nichts geändert, an dem Medikamentensüchtigen, an dem Konsumsüchtigen, an dem Urlaubsüchtigen, an dem Shoppingsüchtigen, an dem Internetsüchtigen, an keiner Sucht, an all diese Erkrankungen unserer Gesellschaft, an all diesen Problemen, an den Depressionen der Menschen. Die Menschen werden so belassen, wie es ist. Und dann wird versucht, einfach nur das Heil zu suchen, in einer etwas gesteigerten Umverteilung. Ja, denn das Ganze läuft hinaus, die Steuerreform und auch alle anderen Reformen laufen letztendlich. Denn wie wollen sie 6.000 Euro im Monat einer Pflegekraft geben oder ein 2.000 Euro bedingungslosen Grundeinkommen für jeden geben, ohne dass sie von den Reicheren umverteilen in Richtung des Restes der Gesellschaft. Und diese Umverteilung, muss man immer ja nur ganz vorsichtig machen. Man darf sowas eigentlich nur ganz langsam von unten hochschrauben und muss dann im Auge halten, ob jetzt plötzlich die Zahlen der auswandernden Unternehmen, kompetenten, hochqualifizierten Personen aus Deutschland steigen. Denn wenn wir dann sozusagen unsere Kompetenz, unsere wirtschaftliche Kompetenz in Deutschland, wenn die auswandert, weil die Umverteilung diesen Besserverdienenden zu groß ist, dann verlieren wir alle, weil wir dann alle arbeitslos werden, verarmen und völlig, ja, völlig verarmen. Und dann ist es auch nichts mit 6.000 Euro, dann werden die Pflegekräfte am Ende für 1.000 Euro oder für 800 Euro arbeiten müssen, denn in einem verarmten Land sind noch nicht mal die bisherigen Gelder mehr möglich. Ja, also sobald man sieht in den Statistiken, dass die ersten schon packen und schon weg sind, ja, muss man dann auch wieder die Umverteilung zurückfahren. Und ich fürchte, Economy for Mankind würde dazu tendieren, da einen Riesenfehler zu machen und ein zu hohes, also quasi uns in ein gewagtes, sozusagen, Experiment reinzubringen. Ja, und dann, ja, das Menschenbild ist eben grundfalsch. Das heißt, es wird nicht gesehen, richtig wird gesehen, dass wir eine Überbevölkerung haben, richtig wird auch gesehen, dass wir zu viel Erde konsumieren. Aber dann das falsche Menschenbild. Wir machen sozusagen, sorgen dafür, dass alle Wohlstand haben, dann werden weniger Kinder geboren. Aber jedes einzelne dieser Kinder würde ja dann den zehnfachen Konsum praktizieren von dem, was seine Eltern noch früher praktiziert haben. und damit würde die Weltzerstörung genauso weiterlaufen, auch bei reduzierter Kinderzahl, weil ja dann jedes dieser Kinder so viel konsumiert wie früher 20 andere Kinder. Das würde also einmal das Problem nicht lösen, außerdem ist es der falsche Weg, denn diese Kinderlosigkeit müssen sie ja erzeugen, indem sie zum Beispiel die Frauen in einen Karrierefrauenstatus hinein zwingen, indem sie dann auf Kinder verzichten zugunsten einer Karriere und auf Kinder verzichten. Das Positive wäre, wenn man den Frauen quasi eine Rente in Aussicht stellt, dann brauchen sie natürlich keine Kinder in die Welt zu setzen, um jetzt eine Altersversicherung zu haben. Aber das Schlimme ist ja, dass es in Deutschland ja viel weiter gegangen ist. Es hat ja nicht aufgehört mit der Tatsache, dass Frauen im Alter versorgt sind, auch wenn sie viele Kinder bekommen haben und so weiter, sondern das Problem ist ja, dass wir regelrecht die Frauen rein manipuliert haben in eine Karriererolle und wo sie dann quasi gezwungen sind, aus internen Zwängen auf Kinder generell zu verzichten und wir dadurch einen Riesenmangel an fähigen Kindern haben und einen Überschuss an unfähigen Kindern. Jetzt kommt der nächste Dilemma. Die Economy for Mankind übernimmt ganz viele der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten. Zu diesen Irrtümern gehört ja, zu diesen Zentral-Irrtümern gehört ja, dass sozusagen, ich zeige es nochmal kurz hier, ich brauche nur hier hingehen, da ist es schon, der Zentral-Irrtum, dieser vorteilbringende Irrtum aller Sozialspartler, alle Menschen sind Genies, also sozusagen die Economy for Mankind äußert sich ganz klar so, die hier brauchen wir gar nicht. Die Top-Unternehmensgestalter, die Top-Arbeitsplätze-Schaffer, die Top-Milliardäre, die bewiesen haben, dass sie mit, die absolut fähig sind, in die richtigen Unternehmen zu investieren, damit Massen an Arbeitsplätzen zu schaffen, die sind wertlos, die können gerne gehen, die sind unwichtig, die können nichts und so weiter. Da antwortet gerade Frau Fischer, ich werde mal kurz schauen, was sie sagt, was sie schreibt. Mal gucken, Posteingang, Frau Fischer. Das muss alles weg, da sagt sie richtig, also das muss alles weg, sozusagen die politische Grundlage für die Fehlentwicklung, also der Reformenstau muss weg und so weiter, da hat sie vollkommen recht, aber für die nächsten Wochen geht es darum, den Wahnsinn zu beenden, sodass nicht noch der letzte Rest der Wirtschaft zerstört wird und weitere Menschen zum Beispiel durch verschobene OPs sterben müssen. Ja, da hat sie vollkommen recht, nur eben, ich glaube nicht, dass wir die Macht haben, diesen Wahnsinn zu beenden, das ist das Problem. Ich fände es geradezu unverantwortlich, jetzt eigentlich löbliche Pläne zu schmieden, zum Beispiel für die Abschaffung der Massentierhaltung, wenn wir gar nicht wissen, in welchem Zustand wir Deutschland vorfinden werden nach diesem Krieg, so er denn überhaupt endet. Ja, ich werde ihr kurz antworten, antworten, na, das ist doch falsch hier, antworten, okay, okay, alles gut, gut, ich mache es mal für die Zuschauer jetzt größer, Sie sehen, wir sind jetzt mitten gerade in einem Dialog, Telefon ist abgestellt, so, ich mache mal das hier, ach so, ich muss ja hier, das ist jetzt mal reales Leben, alles gut, Sie kämpfen gegen die Maßnahmen, wir gegen die Ursachen und und sobald sie nicht weiterkommen, freuen wir uns auf ihren Anruf dann. liebe Grüße, das ändere ich noch und sobald sie und so, sofern sie da nicht weiterkommen, freuen wir uns auf ihren Anruf dann, liebe Grüße, ich lese noch mal vor, alles gut, liebe Frau Fischer, Sie kämpfen gegen die Maßnahmen, wir gegen die Ursachen und sofern sie da nicht weiterkommen, freuen wir uns auf ihren Anruf dann. und also der größte vorteilbringende Irrtum, also der 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 Sozialsparten ist ja, alle Menschen sind Genies, wir brauchen weder die Reichen noch die Klugen noch die Intelligenten, die gibt es ja gar nicht, wir sind ja alle gleich, wir sind ja alle selber Genies, auch jemand mit einem UiQ von 70 ist ein Genie und so weiter und alle, alle sind wir Genies, wir können alles, wir sind die Größten und so weiter, weil warum ist das für die Sozialsparten ein vorteilbringender Irrtum, weil sie dann, das führt nämlich dazu, dass wir hier typischerweise zu wenig Kinder und Zustrom haben aus aller Welt und hier zu viel Kinder und Zustrom haben aus aller Welt, dadurch sinkt der Intelligenzdurchschnitt, es entsteht ein Heer an Massenarbeitslosen und dieses Massenarbeitslosen kann dann karrierefördernd verwaltet werden, dieses Heer an Massenarbeitslosen kann dann karrierefördernd wieder verwaltet werden von den Sozialsparten, vom Arbeitsamt, den Migrations- und Asyl- und Sozialsparten und all diesem ganzen Sozialwesen der Gesellschaft, ja, und deswegen und genau für solche auch vorteilbringenden Irrtümer hat dann die Ökonomie von Mankind auch wieder keinen Blick, keinen Begriff, keine Vorstellung, ja, und dann und das sind also alles, was wirklich wichtig ist, also das heißt, das Dilemma besteht darin, sowohl Gemeinwohlökonomie als auch Ökonomie von Mankind und Lösungen Punkt jetzt haben ein unrealistisches Menschenbild, ein verkürztes Menschenbild, da fehlt die echte Kenntnis der Psychologie, der Psychobiologie, der Evolutionspsychologie, der Evolutionsbiologie und die präzise Kenntnis von Physik und Chemie und so weiter auch noch und damit dieses falsche Menschenbild, nämlich nicht zu sehen, dass unser jetziges wirtschaftliches Handeln mit unserer Psyche interagiert und über vorteilbringende Irrtümer jeder einzelnen Industrie und jeder einzelnen gesellschaftlichen Sparte, dass das alles miteinander interagiert und wir in diese Interagie Aktion korrigieren eingreifen müssen mit der Formel vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, wodurch dann die Alkoholsucht verschwindet und wir den Menschen eben nicht so lassen. Ja, wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen, dass wir versuchen, so wie der Sozialismus, der Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus und Pseudo-Planwirtschaft à la DDR und Sowjetunion, so wie die versucht haben, einen neuen Menschen, den es gar nicht geben kann, zu formieren und zu formen. Das dürfen wir natürlich nicht versuchen, aber natürlich können wir es schaffen, mit den richtigen Reformen den Alkoholsüchtigen, Drogensüchtigen, Medikamentensüchtigen suchtfrei zu bekommen. Natürlich können wir es schaffen, indem wir die vorteilbringenden Irrtümer abbauen durch die richtigen positiven Anreize, den Konsumsüchtigen, Kaufsüchtigen, Shoppingsüchtigen, Urlaubsüchtigen, Internetsüchtigen und Sonstig Süchtigen zu heilen. Also wir können behandeln, aber das können natürlich nur die Next Scientists for Future. Und insofern und dann denn es gibt es gibt nur einen wirklich wahren Menschen und das ist der Mensch, so wie er genetisch in sich ist. und der Mensch ist genetisch kein Alkoholiker und kein Drogensüchtiger und kein Medikamentensüchtiger. Das steckt nicht in seinen Genen. Das ist er nicht genetisch. Genetisch ist er ein liebevolles soziales Wesen und die Ökonomie von Mankind spricht immer wieder von hat dieses Menschenbild Gier und Angst würden den Menschen bestimmen. Das stimmt nicht. Liebe bestimmt den Menschen. Der Mensch ist ein Körperkontakt Kuscheltier, dessen Hauptantrieb daraus besteht, seine Gruppenmitgliedern möglichst viel zu schenken, besonders die Männer haben das als Hauptanliegen, möglichst viel zu schenken, möglichst viel Anerkennung, Beachtung, möglichst viel sozusagen Achtung der Gruppenmitglieder zu erzeugen, Liebe der Gruppenmitglieder, Wertschätzung, das ist die Nahrung des Menschen. Und der Mensch hat vor allem anderen weniger Angst, als davor nicht genügend Achtung und Geliebt werden und Körperkontakt und Sexualität zu bekommen und so weiter. Und das ist das, worin eigentlich der wahre Mensch besteht. Der Mensch ist wie die Bonobos, parallel zum Bonobo als zweiter fellloser Savannen Bonobo sind wir die zweite Kuschelaffenart der Erde sozusagen und unser einziges Lebensziel ist ein Geliebtwerden, ein Verschenken und Geliebtwerden als Ergebnis für das Verschenken. Im Weltbild, im Menschenbild der sozusagen der Economy for Mankind ist der Mensch ein gieriger, konsumorientierter, gieriger und angstbestimmter Mensch, der nicht aufhören kann sozusagen zu raffen und zu konsumieren und dem man dann deswegen so gewisse Rahmenbedingungen setzt und von dem man halt vieles umverteilen muss, um dann eben den anderen Bürgern Gutes zu tun. Aber dieses Menschenbild ist falsch. Wir können die Milliardäre dafür gewinnen, dass sie alles uns wieder schenken, nicht nur umverteilen über eine Umsatzsteuer oder eine Umsatzprovision sozusagen, sondern wir können die Milliardäre dazu bringen, langfristig, dass sie wieder, wie die Bonobos heute noch, alles in Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommunen schenken. Das geht aber nur, wenn wir von diesem Menschenbild wegkommen, dass Angst und Gier sozusagen, dass die Akkumulationstendenzen der Menschen natürlich seien, das wären sie nicht. Trotz Kühlschrank und allen möglichen Speichermöglichkeiten für Güter und Produkte und Nahrung und so weiter, würde ein Bonobo, dem können sie einen Kühlschrank geben, der fängt aber nicht an zu akkumulieren. Das wäre übrigens ein interessantes Experiment, das sollte man sofort mal für die Wissenschaft anregen. Stellen sie Bonobos Nahrungs Aufhebemechanismen zur Verfügung und dann gucken sie, wenn die Affen jagen und können ihn dann im Kühlschrank aufheben, ob sie dann nicht mehr teilen mit der Gruppe. Schauen sie, ob sie dann nicht mehr die Fruchtbäume kann ich mir nicht vorstellen bei der Beschreibung dessen, wie die die Fruchtbäume an die Frauen und Kinder verschenken und mit Früchten in den ausgebreiteten Händen darstellen und diese Früchte den Frauen und Kindern schenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die jetzt dann in den Kühlschrank packen und dann zum Akkumulator werden und also zum Anhäufer von Besitz werden und dann ein Geschäft verkaufen. Aber genau das unterstellt das falsche Menschenbild der Ökonomie von Mankind. Also schauen sie sich diese Sendungen an. Ich zeige Ihnen noch einmal, wo Sie die genau finden. Also hier, wie war das? Man geht hier drauf, man klickt Neuester Stand an, bei der Homepage Weltrat der Weisen, klickt man auf Neuester Stand, dann ist man hier drin und ja und Sie finden dann zum Beispiel hier sozusagen Sie finden hier Economy for Mankind Augenblick, wo finden Sie diese Auseinandersetzung? im Talk, ah ja und Talkshow, hier finden Sie das, die Parteiprogrammberater, Economy for Mankind, Lösungen.jetzt und Next Scientist mit ihren unterschiedlichen Weltbildern im Talk, da finden Sie diese zwei großen Sendungen, da sehen Sie, das, da können Sie selbst entscheiden, wer Ihrer Meinung nach, da kann die Basis, der Basis Partei und die Basis von den verschiedenen Wir 2020 Parteien selber entscheiden, wer hat aus ihrer Sicht da ein realistischeres Menschen- und Weltbild, denn wenn das Menschen- und Weltbild falsch ist, dann werden auch alle Reformen falsch, und vor allem ist eben der Punkt, wenn man nicht weiß, was vorteilbringende Irrtümer anrichten in der Welt, dann hat man noch nichts verstanden von der Welt, dann fehlt einem das Wichtigste und dann fehlt einem alles, was man braucht, um Deutschland zu reformieren und deswegen heißt ja die Formel der Next Scientist for Future vorteilbringende Irrtümer VIs aussterben lassen durch positive Anreize PAs kurz VIs aussterben lassen durch PAs und wer diese Formel nicht 40 Jahre gelernt hat anzuwenden der kann es nicht das geht nicht ohne die Erfahrung mindestens 40 Jahre damit routiniert das anzuwenden auf jede gesellschaftliche Situation wer das nicht 40 Jahre Routine daran hat der wird die Gesellschaft falsch reformieren ja ich gucke mal ob ich noch was wichtiges vergessen habe na ist ja klar aus unserer Sicht plädieren wir für die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit wir müssen uns distanzieren von allem bräunlichen ja die neue große Volkspartei verbessert die Politik der Grünen der SPD und von CDU FDP keine Spur von der Linken der Werte Union und der AfD Punkt ja immer wieder versuchen die ihre AfD ins Spiel zu bringen die ist doch schon tot die Partei die wird doch von den Medien nur noch bekriegt das ist doch sie können doch nicht Deutschland regieren mit einer Partei die von allen Medien nur noch bekriegt wird also entweder aber das schöne ist ja vielleicht das nur als Hinweis dazu die schöne Hinweise ist hier Ökonomie von Mankind ist sogar ziemlich weit links und Gemeinwohl Ökonomie ist etwas weniger links aber ist auch noch sehr weit links und Next Sign for Future das sind die bodenständigen realistischen vernünftigen naturwissenschaftlichen evolutionsbiologischen linken und die sind auch noch links und Dr. Wodag ist auch ein linker SPDler und 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 ja und Dr. Schiffmann ist von der Grundmentalität auch wenn er jetzt Attila Hildmann aus Versehen mal hat sprechen lassen weil er darüber nicht nachgedacht hat was das dass man ihm das 20 Jahre noch auf das Butterbrot schmieren wird sozusagen er ist im Herzen auch ein eher leicht linker er ist auch ein bodenständiger linker ja und so weiter also deswegen lassen sie uns die Partei platzieren egal wie sie am Ende heißt spielt ja keine Rolle als sozusagen sozusagen neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit wir müssen wir müssen aus dem Parlament rauswerfen mit unseren 20% die FDP die Linke die SPD und die AfD und wir müssen der neue Koalitionspartner sein in dem Dreiklang CDU Grüne und neue Volkspartei und da muss die Koalition stattfinden und und wir müssen dann die CDU überzeugen dass wir das ideale Programm für Deutschland haben und das geht nur mit den Reformen wie gesagt und bitte holen sie gerne noch andere Experten dazu ja und tauschen sie sich mit allen aus konzentrieren sie sich nicht nur auf die Next Scientists for Future denn gerade in dem in dem Gegensatz zwischen Economy for Mankind und Gemeinwohl Ökonomie und Next Scientists for Future hoffen wir sie überzeugen zu können wo sich Gemeinwohl Ökonomie und Economy for Mankind zentral irren und das fängt schon beim unrealistischen naturwissenschaftlich nicht stützbaren Menschenbild an ja das war's mit diesen wissenschaftlichen Tagesthemen also noch einmal lieber Herr Dr. Füllmich vielleicht vielleicht können sie sich auch ein Stück weit aufs Kanzler auf Kanzlerwerden konzentrieren Frau Fischer will sich ja jetzt doch wieder ein bisschen mehr stärker auf Versuch Beendigung der Maßnahmen konzentrieren das ist ja auch wichtig ja ich glaube nur nicht dran ich würde sagen es ist ein Wunder wenn sie das schaffen was was aber kein Wunder wäre wäre jetzt 20% bei der Bundestagswahl zu schaffen und dann ein für allemal nie wieder Schweinegrippe die Reformen müssen so gemacht werden und das können wir nie wieder Schweinegrippe nie wieder Corona ja und ich denke das war's jetzt für diese wissenschaftliche Tagesschau Tschüssi bis bald